Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrummbach, neben Herzbruck im Nürnberger Land, im Herzen von Freiburg und nördlich von Bayern. Ich bin Praktikantin Natascha Rüffler und ich darf Sie zusammen mit Stefan Eberhardt vom Grünen Bau in Kühnhofen auf die Grosemette einladen. Servus zusammen! Ja, danke liebe Natascha. Die Kochshow sind um 12 und um 15 Uhr, aber wir kochen nicht nur, sondern wir zeigen auch ein komplett eingerichtetes Loft mit Schreibtisch, Bett und diesmal sogar zwei Hi-Fi-Anlagen mit High-End-Platten-Spielern und allem, was man sonst noch zum Leben braucht, zum Beispiel auch der edlen Messer von Nesmog. Eine ganz persönliche und durchaus ungewöhnliche Küche haben wir auf dem Weg zur großen Küchenmesse in Ostwestfalen in Bielefeld fotografiert, wie so oft mit unseren Kunden selbst. Zum zweiten Mal wurden wir für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert. Warum unsere winzigen Gewinnchancen uns nicht grämen, ist im ausführlichen Artikel nebst entzaubernden Hintergrundinfos nachzulesen. Die Auszeichnung als Arbeitgeber der Zukunft haben wir zwar offiziell gewonnen, aber weil wir kein Geld dafür bezahlen, dürfen wir nicht damit werben. Das inspirierte uns dann aber, unsere Kunden mit der goldenen Ratte auszuzeichnen. Jetzt können Sie sie gewinnen. Sebastian Lehmann, Autor der renommierten Fachzeitschrift Möbelmarkt, besuchte uns in Untergrumbach und fotografierte und schrieb über unsere Arbeit den lesenswerten Artikel »Ein Unternehmen mit besonderen Werten«. »Schaltbares Glas« heißt die Innovation, die wir in unserem Oberschrank integrierten, präsentiert von Diana Leiden, der in Sulzbach gerösteter Café Sie auch bei uns kaufen können. Mit der Fernbedienung können Sie zwischen durchsichtig und undurchsichtig umstellen und ein Kunde hatte sogar schon eine gute Idee, für was das eigentlich gut sein könnte. Von einem großen Projekt haben wir knapp 13 Quadratmeter edlen Eichenfußboden übrig, zu wenig um es einzulagern, aber für Menschen, die sich ein kleines neues Zimmer einrichten möchten, genau das Richtige. Und noch viele andere übrige Dinge bieten wir auf unserer Sonderseite Übriges. Und noch einen spannenden Artikel hat unser Lieferant Linnack, der die Hubsäulen für Schreibtische und Küchen liefert, in und seiner Firmenzeitung veröffentlicht. Bitte füllen Sie das Formular für die Konsumenta gewissenhaft aus. Wir würden uns riesig freuen, wenn wir Sie dort begrüßen dürfen. Wir besuchen uns am besten am Samstag, den 4. November, ab 12 Uhr, in der Konsumenta alle anspfeilen Möbel machen. Ich freue mich, wenn der kommt. Gute Arbeit. Ich freue mich, wenn der kommt.